So, Mana ist voll. Sehr gut. Wir brauchen ganz, ganz, ganz viel Eisen. Was ja was ganz Neues für uns ist. Hier unten ist Eisen. Total. Dahin. Kein Scaffolding. Da, 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 da. Alles weg. Alles, alles weg. Hier eine Stufe. Da kommen wir aber da nicht ran. So kommen wir, glaube ich, überall ran. Hier kommt nicht sofort angelaufen, Zwerge. Was ist denn los? So, ihr seid noch hier hinten. Stimmt, ich habe... Oh. Ignoriert mal ganz kurz das hier hinten. Klopp. Das machen wir später. Ich lasse es einfach mal markiert, damit ich später weiß, wo ich hin muss. Genau, hier. Total. Du kannst weg. Du kannst zu. Du kannst zu. Das kann zu. Das kann ersetzt werden. Das ist richtig schön leise. Weg, weg, weg. Scaffoldings rein, damit sich später da oben auch noch ran können. Und warum geht ihr zu Fuß? Achso, ihr kommt von da und wollt. Okay, okay. Schmieden sind nicht in Gebrauch. Wir bräuchten eigentlich noch einen Tesla-Turm, aber na gut. Oh, wir wollten Mehl machen. Dann... Mehl. Mehl, meh, 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 meh. 14 Stück. Wir brauchen nämlich langsam ein bisschen abwechslungsreicheres Essen. Weil das Fleisch rütt schon keiner mehr an. Was haben wir noch? Oh, Eintopf haben wir ganz viel. Da. Eintopf oder Suppe oder so. Was ist das? So. Er freut sich in Keks. Wie viel Prozent hast du? 81. Oh, da geht noch einiges. Also ja, wir könnten definitiv mal in unserer Dekoration ein wenig arbeiten. Das mit den Sofas hier am Ende finde ich ganz schick. Also ich hätte noch gerne zwei Sofas. Ledersessel. Bretter. Leder haben wir auch noch. Nadel haben wir auch. Holz haben wir sowieso. Nein. Nadel. Leder. Bretter. Holz. Warum wir... Na, kommen sicher noch mal drei davon. Also wir haben den Ecken. Jedenfalls da, wo keine Türen sind. Ledersessel. Das sind mir zu viele Uhren hier. Entferne Kuckucksuhr. Entferne Kuckucksuhr. Und das Lager muss später auch noch woanders hin. Damit die hier auch Betten hin können. Und wir brauchen auch bessere Betten. So, was haben wir noch an Dekomaterial, das einigermaßen okay aussieht? Steinsessel. Komfort 1. Ledersessel. Komfort 7. Schrank mit Glastüren. Komfort 6. Schrank. Komfort 4. Buchregal. Komfort 2. Also ja, die drei, die passen einigermaßen rein. Also in so einem Schlafsaal von kultivierten Zwergen. Und das sind kultivierte Zwerge, sonst würden die keinen venezianischen Stuck in ihrer Wohnung haben wollen. Gehört auf jeden Fall auch ein Bücherregal und ein Regal, wo man Krimskrams einlagern kann und so weiter. Das heißt, du... Setzt erst mal hier eine Kuckucksuhr wieder. Kuckucksuhr nach da hin. Schwarz-Weißes Banner. Statuen. Wir brauchen nicht Statuen. Da Stein. Da zwei Statuen für die Symmetrie. Werden auch gebaut. Kuckucksuhr... Moment mal. Eine Fackel, eine Fackel. Hier muss die Kuckucksuhr hin. Und wir könnten die versetzt so machen. Also wäre da und da eine und da und da. So. Alle Werkzeugdinger hier sind besetzt. Sehr gut. Wie schaut es mit unseren Minören aus? Das kann auch noch alles weg. Steinsäule. Dekorative Säule für ceremoniale Hallen. Sind die Säulen im Hintergrund? Dann wäre es echt cool. Schreinerlehrbuch. Neues Portal. Luxusbett. Stahl. Voll und Stoff. Ja, ja, ja. Okay. Da brauchen wir noch ein bisschen Scaffolding. Da brauchen wir auch noch Scaffolding. Denn das soll zu. Das soll zu. Hopps, hopps. Das kann weg. Das kann zu. Das kann zu. Wir verballern Scaffolding. Ich finde nichts Gutes, ne? So, alles zu, alles zu. Weg, 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 weg. Du da hin. Scaffolding weg, 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 weg. So. Also dazu, dazu. Fackeln anders setzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Das ist mir vollkommen egal, dass ihr da nicht ankommt. Irgendwann müsst ihr da ankommen können. So, das da bitte ersetzen. Komm weg da. Das da bitte füllen, wenn ihr ankommt. Das, das und das füllen. Das füllen. Da oben haben wir ein neues Minensystem. Okay. Da unten ist noch mehr Kohle. Boah, haben wir hier inzwischen viel Holz hier rumliegen. Oh, und ein fleißiger Fischer. Sehr gut. Wie viele Fische haben wir inzwischen? Fisch ist... Kein Fisch. Wie lange fischst du da schon, Junge? Lange, ha? Ich sehe schon. Na gut, wir haben nur eine Angel. Der Berg soll da auch noch weg später. Aber momentan haben wir keine Steinprobleme. Das passt schon. Wo ist die von mir markierte Eisenader? Ich hatte hier Befehle verteilt gehabt. Die sehe ich nicht mehr. Oh, verschwinden Befehle, die man nicht erfüllen kann mit der Zeit? Das wäre zum einen praktisch und zum anderen sehr doof. Das und das zu, bitte. Und das zu und das zu. Und das dazu. Das dazu. Ja, scheint irgendwie so. Also hier war irgendwo... Eisenvorkommen. Genau hier. Portal. Da, 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 da. Das hatte ich alles markiert. Ist aber wohl demarkiert worden, als wir das hier weggenommen haben. Und dadurch keiner hier arbeiten konnte. Aber wunderschön. Kann man nichts ändern. Oh, wir könnten das Wasser wieder nach unten abfließen lassen. Irgendwo in die Lava rein. Um so größere Massen an Lava loszuwerden. Oder wir nutzen das als unser Indoor-Teig. Ist noch ein bisschen weit weg. Und es gibt keine Pumpen. Also einen Indoor-Teig will ich auf jeden Fall haben. Das gehört zu so einer richtig ordentlichen Festzone, die ich selbst versorgen kann. Auch mit dazu. Kling. Stahltür. Du weg, du weg. Portal ist da. Kommt da noch was? Ne, da ist kein Eisen hinter. Nicht töten. Genau deswegen nicht. Na gut, mach da ein Portal. Spinnenseite können wir glaube ich auch gebrauchen. Davon haben wir fast gar nichts. Also die da umhauen. Das alles abbauen und dann zumauern. So. Bauerde. 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 Bau das da ab. So, das weg. Das weg. Hier unten sehe ich sonst nichts interessantes mehr. Also wir finden zwar ab und an uns Reisenadern. Aber wirklich groß ist was anderes. Also an Vorräten. Da unten kann ich nicht bauen, weil ich... Du. Wähle Zwerg. Kontrolle. Komm mit. Mach da zu. Mach da zu. Da zu. Da zu. Ich baue die Fackel ab. Plupp. Ist die Fackel weg, ja? Du komischer Pilz. Weg. Au. Das will ich nicht zubauen. Eisene Tür. Wir haben... Ulla. Wir haben eben gar die Stahltür erforscht. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt Eisen. So. Kleines bisschen Dekoarbeit. Dann machen wir wieder was anderes. Sonst werden wir mit diesen ganzen Sachen hier nie so wirklich fertig, wenn ich nicht zwischendurch mal ein Zwerg pack und sowas mache. Da. So. Du zu. Du. Befreien. Hatten wir nicht hier auch eine Lampe? Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Okay. Zu, 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 zu. Zu, 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 zu. Und wo wir gerade so viel Mana haben, wir haben noch den Kompass-Zauber. Der hat einmal nicht so wirklich funktioniert. Weil wir ihn viel zu nah am Portalraum benutzt haben. Aber es soll auch andere Räume geben, die er finden kann. Das heißt, wir gehen über den Portalraum. Was für ein Sand. Okay. Hier ist der Portalraum. Okay. Also wenn wir jetzt hier hinten den Spruch sprechen. Gucken wir mal. Also da unten ist irgendwo ein wichtiger Raum. Das ist doch mal eine Ansage. Gehen wir mal hier hin. Schwupp. Da unten ist eh Kohle. Und graben uns da mal durch und gucken, wo wir rauskommen. Geht doch ein paar Skafolie, dass ihr nicht runterfällt. Und doppelte Geschwindigkeit. Und sie wollen nicht kommen, weil sie anderweitig beschäftigt sind. Und zwar hier hinten. Mit dem Dekokram. Oh, hier brauchen wir noch Fackeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da. Das war es erst mal. Hier. Du wurdest angegriffen. Das ist gemein. Lagerstopp. Dafür haben wir Feuerbälle. Feuerball. Feuerball. Husch. Husch. Weg mit dir. Und du, was zur Hölle ist. Achso, du willst nur nach Hause. Das kann ich verstehen. Hier, bitteschön. Geh nach Hause. Da. Hier will keiner ins Wasser springen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Okay, grab dir mal bitte oben rum. Genau, du, dich kontrolliere ich mal. Kontrolle übernehmen. Hey, ja. Da ist schon mal ein Feind. Töte den Feind. Töte, töte. Töte. Mach irgendwas. Ah, okay. So, hier irgendwo. Oh, Diamanten. Diamanten, Diamanten. Aber hier in der Richtung musste der besondere Raum irgendwo sein. Irgendein Zwerg ertrinkt. Das ist nichts wirklich Neues. Das sollte eigentlich schon vor zwei Patchen behoben sein, aber... Schild mit Schädeln. Innenraumdekoration. Wir haben komische Zwerge. Sie hängen Schilder in die Wand und nicht in die Hand. Oder Arm. Ich glaube, ich bin jetzt schon zu weit. Grab mal gerade runter. Das ist immer lustig. Außer das hier zählt als besonderer Raum. Weil es halt Unterwassersee ist. Was ja nicht so gewöhnlich ist. Das ist da kein Weg. Da hast du noch eine Höhle. Geh mal da hin. Leuchtet schon mal was. Das ist gut. Da hast du noch eine Höhle. Zwerg ertrinkt irgendwo. So. Geh, geh. Ach, du kannst... Ah, okay. Au, da ist eine Säule. Oh, sehr schön. Behold da. Schafft dieser Zwerg im Alleingang einen Behold da? Ich denke nicht, Tim. Jetzt können wir gucken, ob es eine Hintergrundsäule ist oder eine Vordergrund. Aber ich denke, was ist ein Hintergrund? Ich will nicht runterspringen. Das Paket muss oben warten. Kleiderschrank. Kleiderschrank passt auch sehr gut in unsere Schlafsäle. Oh. Aha, er kann dann runter. Das ist jetzt klettern. Hau, den da. Komm schon. Komm schon. Du bist ein mächtiger Zwerg. Du bist ein männlicher Zwerg. Du bist... Du bist im Gewinn. Da, 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 da. Sehr gut. Lauter Deko-Zeug. Sparen wir uns die Säulen selber zu bauen. Oh, die halten gut was aus. Oh, und da ist sogar Physik mit drin. Wenn wir unten eine Säule weghauen, purzelt der ganze Rest runter. Portal bitte alles einsammeln.